Guten Morgen! Wir stehen hier hinter Nummer 1. Wir sind auf dem Tsukichi Fischmarkt. Den größten Fischmarkt auf der ganzen Welt. Wir sind seit 5 Uhr morgens auf dem Bein. Aber die leben noch alle. Ja, shit. Geil. Das ist hier auch extra nicht als Touristenort eingestiegen. Das ist hier Real Life Business Place und so. Das sieht man hier. Deshalb wollen die hier eigentlich auch nicht ein bisschen merken, indem die hier rumstehen. Da gucken wir uns alles hier so schnell durch das an. Genau. So wie immer. Ja? Sack. Ich hab gesagt, ja, schach hab ich gedacht. Das ist hier alles. So schön. Zwiebelart wie das. Oh, kann man nicht. So gut ist. Oh. Oh. Okay, ich bin auf dem Haar hier. Also ich such hier noch ein Hai oder so. Wir sind auch so zum Haaren oder so. Oder so ein Bad. Das wirst du hier ja wirklich sehen. Naja. Ähm. Falls ihr was Spektakuläres sehen, melden wir uns wieder. Aber es ist noch nicht spektakulär genug. Jau. Also. Dann... D. D.